Heya, wir sind hier heute wieder bei FIFA 17, mit mir natürlich euren Danny Taylor und ich wollte mich aber bedanken für die ganzen Kommentare in der letzten Folge und ich muss einmal kurz sagen, mir ist in der letzten Folge, da haben mich auch einige drauf hingewiesen, mir ist ein relativ geiles Fauxpas passiert, beziehungsweise richtig dumm eigentlich. Und zwar habe ich beim zweiten Spiel erstmal, ja, habe ich mich ordentlich vertan und zwar haben wir nicht in Hoffenheim gespielt, sondern Werder Bremen. Und das Witzige war, im Weserstadion lief dann einfach mal die Hoffenheim-Hymne und die Tormusik der Hoffenheimer. Ich weiß nicht, was ich da irgendwie gedacht habe oder was ich da getrieben habe. Ich ziehe es erstmal wieder die Brille ab. Ich weiß auch nicht, warum ich die aufhatte, die lag hier so rum, da habe ich mir gedacht, geil, machst du noch. Keine Ahnung, wir haben heute zwei richtig wichtige Partien, und zwar einmal gegen den HSV und Sporting-Club Braga und wir wissen alle, in der Champions League muss man punkten, aber genauso in der Liga. Heißt, wir haben heute einen 6-Punkte-Part, meine Freunde. Das ist richtig wichtig und das sind wirklich wichtige Spiele. Was ich auch einmal sagen wollte, ist vielleicht in der letzten Folge so ein bisschen aufgefallen. Fand ich zumindest ganz witzig. Es ist echt vielen Leuten aufgefallen, die haben dann in die Kommentare geschrieben, hör mal, bist du Wrestling-Fan? Weil da war einfach mal hier der Theme-Song von Shinsuke Nakamura, der Theme-Song von AJ Styles und dann auch von Sami Zayn. Ich glaube, von Sami Zayn ist dem wenigsten aufgefallen, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich persönlich schaue sehr gerne Wrestling. Und wir befinden uns hier gerade am Sonntag bei mir. Ähm, heißt, es findet auch heute der Wild Wumble statt, den ich mir sogar vermutlich live anschauen werde. Ja, und der dauert ja immer ein bisschen länger. Und ich bin echt überlegen, ob ich ein Video dazu machen soll. Nicht wie ich den angucke, sondern so im Nachhinein, wie ich den fand und so. Weil ich schaue seit vielen, vielen Jahren Wrestling schon. Sehr, sehr viele Jahre. Ähm, und das könnte man, glaube ich, echt mal machen. Ich weiß nicht, habt ihr auf sowas Bock? Hättet ihr Bock darauf, dass ich mal so meine Meinung über den Royal Rumble einfach mal in so einem Video herausplaudere? Weil kommt ja auch WWE 2K17 raus. Vielleicht, man weiß es nicht, ne? Ob da was kommen wird, ne? Ähm, ihr merkt auf jeden Fall, ich habe richtig, richtig gute Laune. Könnte auch hier ran liegen, ich muss nämlich wach bleiben. Ja, ich weiß, es ist ein Red Bull, aber... Schmeckt halt, was soll ich tun? Ähm, ich halte vom Verein fast genauso wenig wie wahrscheinlich die meisten von euch. Ich wollte euch einmal kurz die Mannschaft zeigen, mit der wir gegen den HSV spielen werden. Und zwar, Junuzovic hat in letzter Zeit einfach so kacke gespielt, deswegen spielt jetzt Altschek mal von Anfang an. Äh, nochmal von Anfang an, weil er hat mich in letzter Zeit nicht sehr gut überzeugt. Und Johannes Eggestein einfach mal von Anfang an. Warum? Weil ich Bock darauf habe. Ich habe auch ein bisschen mal in den Anweisungen rumgespielt. Ich habe eigentlich, ich habe mir nämlich einmal einer in die Kommentare geschrieben. Nämlich kann er mal in den Anweisungen was ändern. Dachte mir dann erst so, nee, wofür läuft da alles gut? Aber im letzten Part lief halt nicht alles gut. Wenn man zwei Niederlagen hintereinander hat, dann kann nicht alles gut laufen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal ins Spiel. Und schauen da mal nach. Und was ich auch mal sagen wollte, genau, mir haben mal so ein paar Leute geschrieben, hör mal, was ist mit St. Juste, lass dir nochmal spielen. Ich weiß ganz im Ends der Zeit nicht, wohin mit dem. Weil wir spielen derzeit echt gut, beziehungsweise wir stehen auch in der Verteidigung echt stark normalerweise derzeit. Okay, haben zwei Gegentore in den letzten zwei Spielen bekommen. Ich mache den Schnee mal eben aus. Ähm, deswegen spielt Sané wieder. Aber ich möchte halt, keine Ahnung, Klostermann gefällt mir so gut und ich will nicht noch so einen Tempo-Typen da drin haben. Und man sieht auch anhand von Dortmund, nur Talente bringen einen nicht weiter, in echt, ja. Ähm, natürlich ist das ja FIFA, aber, ne, ich versuche halt immer noch so ein bisschen realistisch zu sein. Im Volksparkstadion kommentieren nicht Wolf Fuß und, ähm, Buschi, sondern Danny Taylor, der auch gleichzeitig Trainer ist und sogar noch auf dem Spielfeld steht. Das muss man erstmal hinkriegen, wa. Aber, und zwar, Seda, der vorderste Mann, ist jetzt plötzlich Kapitän und zwar Taylor. Wer zum Teufel hat sich das denn ausgedacht? Ich, weil, man muss halt ehrlich mal sagen, Taylor steht halt irgendwie mittlerweile immer auf dem Platz. Hat mittlerweile, glaube ich, sogar die beste Punktzahl bei uns. Ja. Und, ähm, ja und ich traue ihm das einfach zu. Weil er hat eine sehr wichtige Rolle, ist jetzt sogar, oh, da spielt, ähm, wie heißt denn der nochmal? Der hat mal bei Tottenham gespielt, hab ich vergessen. Ähm, ja genau, Taylor ist jetzt Kapitän, weil ich möchte das einfach mal, ich möchte das ausprobieren. Der ist zwar noch sehr jung, ist wahrscheinlich sogar der jüngste, äh, Sandro, genau. Ist wahrscheinlich sogar der jüngste Haas, ähm, der, mein Gott, der jüngste Werder Bremen-Kapitän, den Werder Bremen je gesehen hat. Ähm, aber der spielt halt immer. Jodosowitsch überzeugt derzeit überhaupt nicht mehr, hat seine Stammspieler, hat seine, ähm, ja, ist kein Stammspieler mehr. Ja, ich verplappere mich so häufig gerade, ne, das ist der absolute Wahnsinn. Ist derzeit kein Stammspieler mehr, wo er von Eichichek ersetzt. Und Sané tauscht immer mehr oder weniger mit Per Mertesacke, äh, Per Mertesacke. Wenn Per Mertesacke spielt, ist aber wahrscheinlich Mertesacke wieder Kapitän. Heißt, Taylor ist dann mittlerweile so der Vizekapitän. Und ich muss sagen, ich finde das cool, ich habe das eigentlich noch nie gemacht, weil ich meine Figuren nie so gesehen habe, dass der Kapitän sein könnte. Aber warum eigentlich nicht? Ich mache ja eh schon die Anweisungen, ne. Ich bin ja mehr oder weniger schon der Kapitän, weil ich steuere die ja von oben, auch wenn ich eigentlich der Trainer bin, aber gleichzeitig auf dem Feld stehe. Es ist schon eine sehr komische Sache, weil unser Trainer heißt ja gleich. Und ich, ne, ihr wisst, was ich meine, ne, ist voll die Inception. Keine Ahnung, ich habe auch voll im Müll. Aber auf jeden Fall, ich bin mega gehypt gerade auf das Spiel gegen den HSV, wenn ich ehrlich bin, weil ich will auch unbedingt mal wieder gewinnen. Das ist irgendwie lange her, also ich habe das irgendwie so ein Gefühl. Hier spielt Alan Halilovic noch beim HSV, mittlerweile ja bei Las Palmas. Und dazu kann man auch noch sagen, ne, ähm, hier gehört er ja zu den richtig, richtig krassen Talenten in FIFA. Der hat ja auch einfach mal, wie heißt denn das nochmal? Äh, ich glaube, auf 84 oder 83 Punkte heißt, wir haben Taylor und wir haben Alan Halilovic. Wir können hier aber vielleicht den ersten richtig guten Angriff aufbauen mit Schöpf. Ah, dann kriege ich den Ball irgendwie nicht wirklich rüber. Naja, wir haben immerhin einen Einwurf. Taylor kommt zu einer Schussposition und schießt. Der war leider ein bisschen rüber, aber war nicht verkehrt. Gnabry. Und dort haben wir Lewand Ejicek. Der passt hier auf Taylor. Taylor, der neue Kapitän. Was, eine Parade von René Adler, aber auch geil gespielt von Lewand Ejicek. Richtig guter Spielzug. Und da laufen wir mit Schöpf daneben. Das Problem ist, den muss... Wow. Also da hat unsere Verteidigung sehr schlecht reagiert. Toljan braucht sehr lange, um zu reagieren, weil der hätte den Ball, glaube ich, locker ablaufen können. Ähm, da haben wir Glück, dass Alan Halilovic den Ball so drüber senst mit dem starken linken Fuß. Taylor bringt jetzt hier diese, ja, diesen Freistoß rein mit einer Flanke. Die kommt auf Gnabry. Ja, der kölbt einfach mal. So, Delaney läuft hier irgendwie einfach durch. Hat er gut gemacht. Ich flanke jetzt. Die Flanke kommt spannend. Und René Adler schon wieder. Meine Fresse, ist das ein sicherer Torwart da hinten drin? Philipp Kostic, der rennt da öfter schon Schöpf weg. Und Aaron Hunt, oh mein Gott, haben wir ein Glück. Boah, jetzt muss ich den Ball hier wegbekommen, oh Gott sei Dank. Wir sind in der Halbzeit und gerade wurde es nochmal richtig, richtig eng. Und das, muss ich echt sagen, gerade ist eine ziemlich, ziemlich schwache Partie von Schöpf bis jetzt. Der hat echt ein paar Probleme mit Philipp Kostic. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich werde mir das jetzt noch ein bisschen anschauen. Aber wir können auf jeden Fall sehen, dass eine Führung für uns auf jeden Fall verdient wäre. Denn HSV hat, glaube ich, einmal mit Alan Halilovic und einmal mit Aaron Hunt drauf geschossen. Was ich im Übrigen machen könnte, wäre, weil wir haben, glaube ich, genau, wir haben gar kein Dingens dabei. Kein Bauer. Heißt, ich würde dann eventuell, wenn Schöpf, wenn ich, wenn das gar nicht mehr geht jetzt hier, weil, wie gesagt, der spielt gerade nicht so stark, würde ich den eventuell rausholen und dann eventuell Tollian auf rechts, weil er ist ja auch rechtsfuß und dann Schmitz, der hat ja schon öfter bewiesen, dass der das auch in der Verteidigung kann. Würden wir den dann da hinstellen, aber wir schauen erstmal. Und wenn euch dieser Halbzeit schon gefallen hat, würde ich mich jetzt schon auf jeden Fall über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vielleicht schaffen wir ja wieder über die 100 irgendwas, das wäre auf jeden Fall wieder richtig awesome. Sorry. Und Delaney hat den Ball, oh Gott. Ich schieße mit dem nicht mehr vom Ball hinten hin, da kommt der nur Scheiße. raus. Starker Pass, Philipp Kostic. Boah, stark. Oh, das war richtig schlecht geklärt. Boah, Gott sei Dank. Ich habe den Ball jetzt mal freiwillig ins Ausgeschossen, weil ich auswechseln wollte. Genauso wie die HSV, die holen nämlich Eckdahl für Jung. Und wir wechseln Eggestein für Hahn aus. Stefania kommt für Philipp rein. Und Ejicek geht raus für Junuzovic. So, ich muss aber wirklich sagen, die Leute, die wir jetzt alle ausgewechselt haben, die haben mir richtig gut gefallen. Ähm. Ja, die haben mir einfach gut gefallen, aber ich wollte halt mal was wechseln. Und jetzt Junuzovic, was macht der denn? Junuzovic schießt einfach mal. Schade, aber guter Gang von Stefaniak. Egal. So, da haben wir nochmal Schöpf. Der flankt rein, die Flanke kommt. Okay. Boah, Alter, was war das denn? Der wäre gefährlicher, als wenn Hahn köpfen würde. Das Spiel ist vorbei. Es steht am Ende einfach mal 0 zu 0 im Nordderby. Wir hätten gewinnen können. 100%ig. Wir waren echt stark teilweise. Also, mir haben richtig viele Spieler gut gefallen. Im Übrigen war auch der Schöpf, der kam wieder ordentlich rein. Deswegen habe ich den noch nicht ausgewechselt. Ähm, Junuzovic finde ich jetzt aber auch gemeint, die 5,9. Jetzt mal ehrlich. Ähm, es war halt schwer. Die HSV wurden am Ende echt defensiver, kann man echt nicht anders sagen. Und hier sehen wir halt einfach, Ejicek hat mir super gefallen. Überhaupt, alle haben eigentlich richtig gut gespielt von Anfang an. Also, auch ein Eggestein. Da fehlt nur teilweise noch so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen. Aber es gefällt mir super. Vor allem ist das halt so ein Werder-Talent, sag ich mal. Ist halt richtig geil. Deswegen gebe ich denen halt jetzt auch mal wieder Chancen. Beziehungsweise möchte ich denen auf jeden Fall mal ein paar mehr Chancen geben. Weil der hat mir, wie gesagt, eigentlich echt gut gefallen. Jetzt können wir noch sehen, und das ist richtig gut eigentlich gerade, dass wir derzeit noch Zweiter sind. Jetzt ein Sieg gegen Braga. Und dann hoffen, dass Arsenal gegen Olympique Lyon gewinnt. Dann ist für uns noch einiges drin. Wir schauen mal ganz kurz in die Nachrichten rein. Und Sebastian Schmitz war enttäuscht, hier in der Startelf zu stehen. Sebastian Schmitz auch ein Spieler, den ich auf jeden Fall öfter bringen möchte. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo teilweise. In der Offensive muss ich halt ehrlich gestehen, da fehlt mir das Tempo. Ist ein Megatalent, ne. Aus der eigenen Jugend. Aber der ist halt wirklich arschlangsam. Das bringt mir auf den Außen überhaupt nichts. Deswegen benutze ich den halt meistens als linken Verteidiger. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich muss sowieso mal generell jetzt gucken, was ich alles auswechseln muss. Wir sind uns dann in der Partie gegen Sporting Club Braga. Ein wirklich, wirklich sehr, sehr wichtiges Spiel in der Champions League. Wir sind aktuell noch Zweiter, obwohl wir halt echt Kacke gespielt haben. Muss man wirklich sagen, in der Champions League waren wir nicht erfolgreich. Gegen Sporting Club Braga müssen heute einfach drei Punkte für die Champions League her. Was man aber halt wirklich sagen muss. Wir haben eine komplett durchgewürfelte Mannschaft. Von oben bis unten. Ganz komische Mannschaft derzeit. Also nur Wellenreuter, Klostermann und Taylor sind glaube ich verblieben. Von der letzten Partie. Mertes Saka rutscht wieder in die Partie mit rein. Der ist bei mir in der Champions League halt gesetzt. Und Sane war eh nicht mehr ganz fit. Dort können wir das sehen. Bauer, Rechtsverteidiger. Schmitze, Linksverteidiger. Sant Juste spielt auch. Und zwar im Zentral-Mittelfeld für Delaney. Weil Delaney kaputt war. Junuzovic spielt. Im Sturm spielt Sandro Wagner. Links im Mittelfeld spielt Kainz glaube ich. Und rechts Stefaniak. Heißt, es wird eine unfassbar schwere Partie. Wir haben schon länger nicht mehr gewonnen. Es wird Zeit. Und natürlich vertraue ich unserer Elf. Ich vertraue Sandro Wagner. Natürlich. Und dort sind wir unseren Trainer. Wir werden natürlich heute alles auf Sieg setzen. Das wird eine richtig, richtig schwere Partie glaube ich. Wir werden alles geben. Aber ich muss auch sagen, ich habe mega Respekt vor Sporting Braga. Was die in der letzten Partie, beziehungsweise als wir gegen die gespielt haben, da abgerissen haben. Beziehungsweise wie die zurückgekommen sind. Bei einer Partie, wo die eigentlich nichts zu melden hatten. Das war schon hart. Muss ich wirklich sagen. Mir fällt gerade im Übrigen auf, ich hätte gar nicht St. Juste im Mittelfeld spielen lassen müssen. Ich hätte da auch zum Beispiel Flint hinstellen können von Anfang an, der auf der Bank sitzt. Oder mal Christiansen. Ich muss echt sagen, ich habe mich in der Sommertransferphase echt nicht... Nee, ich war nicht der beste Manager. Obwohl, wir stehen ja in der Tabelle ganz gut. Und es sind halt nicht immer die Neuzugänge, die halt die besten Spieler sind. Das muss man halt auch mal sagen. Manchmal setzt man lieber auf die Leute, die man schon länger dabei hat. Und denen man halt richtig heftig vertrauen kann. Sag ich mal. Als mal auf neue Leute. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ich mega gespannt bin. Wie setze ich ein St. Juste im zentralen Mittelfeld ein? Beziehungsweise wie funktioniert der da? Auf jeden Fall erstmal Junuzovic bringt jetzt die Flanke. Nicht auf Wagner, aber das war doch mal eine ganz gute Anfangsphase. Chance mit Slatko Junuzovic. Genauso sieht es aus. Sandro Wagner. Schade. So, die Flanke. Komm schon, Wagner. Ey, schade. Wellenreuter. So, jetzt. Äh? Warum kriegt Taylor den Ball denn nicht? Was war das denn? Oh, nö. Ich hasse das, wenn die im 16. Also ein schöner Mal von Sandjuste. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt, der sitzt. Ey, boah, wäre das scheiße gewesen. Oh, Wagner. Was ein Scheißpass von Taylor. Bin ich mal ehrlich. So sollte der echt nicht sein. Das war auf jeden Fall ein Foul. Jetzt haben wir ein Problem. Was macht der denn? Okay, der macht das richtig gefährlich. Was eine Parade von Wellenreuter. Boah, ich muss im Übrigen sagen, der Sandjuste, ne? Der Defensivarbeit ist echt, muah, bei dem. Aber wenn es um Pässe nach vorne geht, um so richtig gefährliche Pässe. Boah. Also wenn ich einen Kontraus machen will. Scheiß, die Wanda macht der da viel Pässe. Er wird jetzt auf die Außen gezwungen. Äh, was ist das denn? Was war das denn? Boah, haben wir ein Glück. Meine Fresse, das war ja ganz missraten. Und schöner Pass auf Stefaniak. Und jetzt, das ist eigentlich, das ist so eine Sandro-Wagner-Aktion eigentlich. Warum steht der da nicht? Jetzt die Flanke, komm schon. Och, Junge. Ja, wir sind in der Halbzeit. Und was sagt man jetzt zu so einer Halbzeit? Am Anfang waren wir echt gut. Aber mittlerweile werde ich echt teilweise ausgekontet. Zu Sandbrüste habe ich mich gerade schon irgendwie geäußert. Der ist halt wirklich gut in der Verteidigung. Aber die Offensiv-Aktionen funktionieren halt wirklich überhaupt nicht. Ähm, Sandro-Wagner ist auch teilweise echt komisch. Ich hatte am Anfang echt so ein Gefühl. Der Junge, der macht das heute. Weil ich, der hat das echt klasse gemacht zu Anfang. Wir wechseln im Übrigen Klostermann aus. Weil, ich möchte jetzt Sandjuste mal spielen lassen. Aber ich möchte den nicht mehr da spielen lassen. Da holen wir den Flint rein. Ähm, der hat das ja damals ziemlich gut gemacht. Also, wie gesagt, bei Wagner hatte ich so ein Gefühl. Der macht das diese Partie wirklich. Das Problem ist, ich spiele heute ein bisschen anders. Ich komme viel über die Außen und Flank rein. Manchmal steht Wagner nicht da, wo er zu stehen hat. Und manchmal kommt der Kopfball perfekt auf den. Und der verliert einfach das Kopfball-Duell. Obwohl, von dem Wagner muss man mal erwarten, dass der die reinmacht. Also, das ist echt komisch. Das war eine richtig gute Aktion. Jetzt einen Taylor reinkriegen. Oh mein Gott, schrecklich. Taylor. Wir haben auch Pech, ey. Taylor. Taylor. Also, mir hat letztes Mal einer in die Kommentare geschrieben, ne. Werder Bremen das Wort Pech erfunden hat. Beziehungsweise, man das sehr oft benutzen kann. Und das ist Pech und Unvermögen zugleich. Wir wechseln aus. Und zwar kommt jetzt Andre Hahn ins Match für Stefaniak. Der teilweise richtig gut war, aber richtig schlecht geworden ist nach einer Zeit. Deswegen Andre Hahn jetzt im rechten Mittelfeld. Sovich. Mein Gott. Ey, der hackt den da hinten in die Beine. Alles mögliche, ey. Ist der Wahnsinn. So, da habe ich einen Fehler gemacht. Boah. Boah, Baiano. Müssen aufpassen. Boah, das war es mit der Champions League. Meine Fresse. In dem Spiel hat aber auch nichts gepasst, ne. Kann man den da so frei durchlaufen lassen? Was war eigentlich die Innenverteidigung da? Die gehen beide zur Seite und rechnen nicht damit, dass da einer in der Mitte durchläuft. Also, das war bis jetzt ein ganz schwaches Spiel von uns. Ich weiß auch nicht, wie sich das ändern soll. St. Juste? Der Fresse, Alter. Oh. Ich bin bedient. Ich bin extrem bedient. Also, ich... Ne. Ach, du Scheiße. Und damit haben wir vielleicht eine der wichtigsten Spiele in dieser Karriere verloren. Das ist der Wahnsinn. Das war diesmal echt verdient. Wir waren echt beschissen. Ich habe zu viel geändert. Das hat einfach von vorne bis hinten einfach teilweise nicht gepasst. Das war jetzt auch heute wieder ein Spiel. Das hat gezeigt, warum ich Wagner nicht spielen lasse, teilweise. Also, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe mich... Ich habe versucht, mich auf ihm auszulegen und alles Mögliche, ne? Oh, Gott. Boah, haben wir lange nicht mehr gewonnen, ey. Ich merke auch, meine Laune vor dem Part war mega. Also, ich bin auch jetzt noch gut gelaunt, ne? Boah, aber man ist doch... Man ist schon hart deprimiert. Man ist schon echt... Echt niedergeschlagen, ne? Also, ich bin es zumindest, weil ich halt so ein Spieler bin. Mich würde jetzt mal kurz interessieren, wo kann ich die Champions League Tabelle sehen? Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt sehen möchte. Ich hoffe ja... Also, ich glaube nicht... Ich glaube, wir sind nicht mehr Zweiter. Ich hoffe ja, im Ernst, dass wir Dritter sind und dann vielleicht in die Euroleague kommen. Und wir sind Letzter. Nice. Scheiße. Ne, dann... Oh, fuck. Oh, mein Gott. Wir sind für... Ich habe Angst gehabt vor der Champions League. Vor der Saison. Ich habe es auch damals angesprochen. Weiß ich nur ganz genau. Dass das richtig schwer wird, ey. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird. Kacke. Also, das ist echt... Echt hart. Ich würde es eigentlich echt nicht an der Formation festmachen, ne? Weil ich spiele mit der Formation eigentlich immer. Ich kann mit der auch eigentlich wirklich gut umgehen. Und ich finde, das liegt auch nicht an unseren Spielzügen und alles. Weil ich finde, wir spielen an für sich echt, echt stark. Das hat man gegen den HSV gesehen. Aber wir können keine Tore mehr schießen. Wir kriegen es nicht mehr hin. Vielleicht versuche ich es sogar wirklich mal im nächsten Pub in einer neuen Formation. Das wird dann vermutlich die hier sein. Ähm... Aber was da derzeit abgeht bei uns, das ist der absolute Wahnsinn. Echt. Wir kriegen es derzeit nicht hin. Es läuft derzeit einfach nicht bei uns. Ähm... Ich versuche es mal mit sowas. Aber eigentlich, ich... Wahrscheinlich versuche ich das wirklich. Aber so ein Spiel wie gegen den HSV, wo wir richtig, richtig stark waren. Das ist dann halt so eine Sache, ne? Wir schauen uns mal kurz auf den Kalender. Wir spielen gegen Mainz. Dann noch gegen RB. Und dann ist es soweit. Olympique Lyon. Das wird ein unfassbar schweres Spiel. Denn ich will in die fucking Euroleague wenigstens kommen. Ich will gegen Olympique Lyon gewinnen, damit wir wenigstens in die Euroleague kommen. Und das ist möglich, wenn wir gewinnen. Und das ist auch unfassbar wichtig. Weil ich will nicht, dass wir es schaffen, in den internationalen Wettbewerb zu kommen. Und nur, um dann sofort rauszufliegen. Ich würde mich wirklich mit der Euroleague zufrieden geben. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieser Part gefallen hat. Und das auf jeden Fall eure Kommentare zu dieser Situation daher, weil ich noch zeigen wollte. Yeah! Ich kann gar nicht sehen, ne? Ich habe ein Kristall-T-Shirt an. Ähm... Mit dem hat man mich ja eh schon öfter verglichen. Vom Aussehen her zumindest. Also... Lasst bitte auf jeden Fall einen Daumen da. Zeigt mir eure Unterstützung. Die brauche ich in dieser schweren Phase. Oh Gott, wie schleimig das klingt. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Denn... Das wäre einfach richtig schön von euch. Und wie gesagt, Kommentare zu dieser Situation. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich reg mich vielleicht kurz, aber dann spiele ich noch. Weil ich habe eigentlich echt Bock, weiter in FIFA zu spielen gerade. Ich sehe mich weiter. Ich sehe mich weiter.